Die Geschichte des Spiels war also das nicht erzielte Tor in der Anfangsphase. Und die windigen Platzverhältnisse, die auch die Fans zu spüren bekamen. Doch nun erstmal alles auf Anfang. Die Mannschaft und Trainer Pele Wollitz reiste am 23. Spieltag der Regionalliga West zu der Zweitauswahl vom VfL Bochum. Die Viktoria aus Köln will den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. Und so begann sie von Anfang an druckvoll. Bereits in der 15. Spielminute bekommt Chandan einen langen Pass vom Löden. Er geht an Bochumskipper vorbei und braucht nur noch ins leere Tor zu schießen. Doch er schießt den Ball knapp am leeren Tor vorbei. Doch Viktoria spielt weiter nach vorn. Pagano über die rechte Seite. Doch er wird hier von Salem Gündüz gefault. Der anschließende Freistoß über Kapitän Mike Wunderlich strahlt dann aber wenig Gefahr aus. Beide Mannschaften stehen hinten gut und so kommt es nur selten zu kniffligen Strafraumszenen. Hier nochmal ein Angriff der Bochumer. Aber auch der Freistoß bleibt dann eher ungefährlich. In der 28. Spielminute zieht wieder Chandan in den Strafraum der Bochumer. Zieht in den Fünfer. Doch sein Pass erreicht Delen nicht. Pille Wollitz ist verärgert über die vergebenen Großchancen und treibt seine Mannschaft nochmal nach vorne. Aber auch die nächste Freistoßvariante über Wunderlich und Spinnrad bleibt leider ungefährlich. Und so geht es mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit. Viktoria ist die spielbestimmende Mannschaft, doch sie nutzen ihre Chancen nicht. Pille Wollitz nahm in der Pause die erste Veränderung vor. Lukas Musculus wird von Hamanaka Masatoshi ersetzen. Doch die zweite Halbzeit begann dann direkt mit einer guten Chance. Mike Wunderlich zieht in den Strafraum. Schießt. Und der Ball liegt im Tor. Doch der Jubel der Viktorianer verstummte gleich wieder mit dem Absetzpfiff des Referees. Viktoria weiter nach vorne. Pagano schießt. Nachschusschance not back. Doch der verzieht deutlich. Die nächste Szene zeigt, wie windig es war. Bochums Keeper Ermes bekommt einen harmlosen Rückpass. Dieser landet jedoch hinter der Torauslinie. Aber auch die nachfolgende Ecke bringt immer noch nicht den ersehnten Torerfolg. Brenzka kann hier den Ball nicht richtig verwerten. In der nächsten Szene wird deutlich, dass auch ein vermeintlich harmloser Einwurf bei fehlender Kommunikation Probleme bereiten kann. Und so kam auch Bochum immer wieder zu Chancen. Diese waren jedoch meist ohne Gefahr. Kurz vor Schluss war dann Viktoria nochmal in der Vorwärtsbewegung. Wird jedoch durch ein Foul gestoppt. Und so gibt es Gelb für Zeugner. Doch der hatte ja schon Gelb gesehen. Und so musste er in der 90. Minute vom Platz. Doch auch die Überzahl konnte dann nicht mehr zu einem Sieg verhelfen. Viktoria holt im Duell gegen die Reserve des VfL Bochum ein Punkt. Und somit das neunte Unentschieden der laufenden Saison. Dementsprechend war ernüchternd die Resonanz nach dem Spiel. Auch bei Gartano Manu. Manu, das war das neunte Unentschieden in dieser Saison. Wieso kommt man hier in Bochum nicht über 0 zu 0 hinaus? Ja, wir haben uns schwer getan. Wir haben uns auch nicht viel vorgenommen. Und haben nicht das umsetzen können, was wir die letzten Spiele eigentlich gezeigt haben. Wir müssen aggressiver sein. Wir müssen besser in die Zweikämpfe gehen. Und ja, es war ein Kampfspiel heute. Und wir haben nicht in Bochum mal gezeigt, dass wir älter oder erfahrener sind. Und das, glaube ich, hat uns das Knick heute gebrochen. Und am Freitag geht es gegen direkten Konkurrenten, gegen Siegen. Was erwartet man da für das Spiel? Ja, wir sind jetzt erstmal enttäuscht von heute. Und dann gucken wir, was wir das nächste Woche besser machen, dass wir dann die drei Punkte zu Hause endlich holen.